hallo meine freunde und herzlich willkommen und ich wünsche euch einen wundervollen abend ich hoffe es geht euch gut wir haben hier die absolute rammontik mal wieder am start der greenscreen ist aus ich habe heute sogar extra mich ein bisschen feil gemacht und mir eine schöne jacke übergezogen und ja heute kommen die patch notes 9.21 es sind feindungen dabei es ist overall ja es ist ein bisschen also es ist als wenn man etwas fleisch nimmt und ein bisschen anbrät es ist aber nicht so eine riesige portion fleisch sondern ist er so wie sagt man tapas tapas diese kleinen portionen wo man so ein bisschen an sich rein snackt aber so richtig satt wird man nicht aber man hat ein bisschen was gegessen würde ich sagen wir fangen auch direkt an und zwar geht das ganze los mit garen garen hat ja quasi ein kleines rework bekommen und holy shit ich habe heute ich habe den ganzen patch gar nicht so viel mitbekommen außer dass alle garen bannen oder picken wollen und dass er irgendwie angeblich broken ist ich dachte jetzt aber ja leute ich weiß nicht aber heute hat mich ein 1 4 garen gewonshottet und ja das war das war das war das war schon ganz schön krass und habe ich mir gedacht ja okay gleich ist ja doch ein bisschen stark also der hat mit einer drehung mir kam 15 prozent abgezogen oder so ja das heißt der damage wird ein bisschen reduziert er macht weniger auf seiner oh nee stopp mal hier ist irgendwas falsch passiert oder das geld nee leute hier leute der riot praktikant hat hier ich entschuldige mich das in diesem vorne raus im ferne rein dass hier so praktikant of right a bit a little gemerkt hat falsch und zwar hier steht nämlich judgment und das ist aber falsch das ist nämlich seine e spin damage per spin und damage ratio per spin ich wüsste nicht dass das über die ultimates gilt falls es so ist bleibt mich bitte nennt mich ein kartoffelkopf eine paprika frucht oder was auch immer aber das hier sollte doch falsch sein aber dafür bin ich ja ich bin quasi die zweite instanz der mensch wird reduziert ist auf jeden fall zurecht kane meine freund ich liebe kane kane ist eine meiner absoluten lieblings champs aber seine normale form ist komplett trash hier wird argumentiert dass beide formen so ein bisschen andere performen am sind am ton bien und hier wird quasi gesagt ja hey wir bachen beide forms ja das heißt eine q wird ein bisschen stärker die macht jetzt 15 mehr schaden das ist ein wichtigster spell 15 mehr schaden ist echt cool und ich war schon so oh mein gott sein tanky clear wird insane broken werden aber sie haben leider den bonus damage zum monster reduziert ja das heißt den haben so 15 und genau wieder reduziert sonst wäre der richtig problem gewesen er fliegt ja jetzt schon durch den jungle das heißt dieser damage ist lediglich gegen champions ist trotzdem cool ist net 15 damage auf jeder stufe und rast noch mal um 0 um 0,05 höher muss ich sagen rast ist sowieso geil also ich meine freunde feier das ja kommt mal kommt mal oder ich werde ich werde ich wirklich jetzt überlegen müsste wann habe ich das letzte mal kopf mal gesehen das letzte mal als ich gesehen habe bin ich rausgegangen das war in der gem selekt da war nämlich kopf mal lulu und kopf mal lulu leute 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 also kopf mal aber spielt so gut wie niemand kicken ein bisschen mehr mana kicken mannarek und seine e macht mehr schaden um 15 das klingt ganz interessant auch die q macht ein bisschen mehr schaden ich denke das klingt vor allem interessant irgendwie für ap kopf mal das ist ja auch ab und so ein ding mit stab des girafen und dann noch ein stab der tränen und was weiß ich mal da alles machen könnte ist ja der stab der girafen aber ludens meine ich potenziell gerade dieser e-buff der soll dafür sorgen dass die e sich nicht ganz so useless anfühlt aber kommt was im prinzip einfach hinstellen weh und lulu schild bekommen mit adeln und lulu auch direkt hier weil also wenn das mal nicht hier ein traum per schmerz ich mag die überhaupt nicht aber ich bin auch geprägt weil damals haben viele leute gebottet lulu kopf mal vielleicht könnt ihr euch drinnen es war sehr toxik lulu soll ein bisschen besser ins mit game scale und zwar macht ihr schild jetzt 20 mehr und auch 40 mehr damage 40 mehr damage bruder also ich bin mir nicht sicher ob ich das gutheißen kann weil lulu ist super nervig der polymorph ist eins der nervigsten spells die es in diesem game gibt ist quasi wie ein silence nur noch heftiger oder so ja ja klar heftiger weil du kannst nicht mehr mehr angreifen bis langsamer und du musst auch noch gucken wie du als irgend so eine kleine schnee ratte oder sowas stirbst weiß ich nicht ob ich das gutheißen kann aber ich mache jetzt keinen fass auf maokai meine freunde maokai ist so dass seine weh jetzt weniger mana kostet das ist ein richtig krasse war für die top lane denn top lane tanks haben meistens mana probleme es gab ja so eine meta auf der top lane wo alle dann nautilus maokai melfert und dann mit richtig vielen dorans ring das war sehr sehr stark weil du da viel mana hattest und sparen konntest und farben konntest aber dann wurden die dorans ringe genervt und das ganze tank desaster auf der top lane hat angefangen und immer weniger tanks gab es da quasi ausform ausstellen bedroht ich meine ganz ehrlich ich muss sagen es gibt aktuell relativ wenig tanks und ich finde es echt gut ich vermisse keine tanks in league also klar ich liebe es wenn tanks in meinem team sind aber tanks sind so toxik ne oh tank design oh tank design warum machst du so viel schaden du gehst voll tank und one shot ist milch ich gehe voll der match macht nur 20 prozent schaden an dir oh tank design bald die neue single erhältlich jetzt bei itunes megatunes und ultratunes runterzuladen und bei gerechtigkeitstunes natürlich ja also seine twisted advance sein ranwurzeln kostet weniger mana macht ein bisschen mehr der mitsch ist auf jeden fall cool sollte nicht in zimmern aber der root leute ne der macht jetzt 0,2 auf kleinster stufe und 0,2 auf längster stufe krass heftig 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 massiv wird gebufft funktioniert das besser irgendwie back mit rageblade finde ich überhaupt nicht gut finde ich überhaupt nicht gut pike meine freunde pike erinnert mich irgendwie also ich krieg nicht so viel mit über pike muss ich sagen also er wird immer noch sehr viel gepickt und alle sagen er ist toxik und ne ich habe pike lieb ich habe ihn damals aufgezogen in der mitte wie einer meiner söhne und er ist so ein bisschen wie asien asien hat schon längst das haus verlassen ist irgendwo ich weiß nicht mehr ist ausgezogen lange nichts mehr von gehört ich liebe ihn immer noch wie ein sohn aber und das gleiche passiert gerade mit pike ich habe das gefühl wird immer immer weiter genervt und irgendwann wird ihn niemand mehr spielen ich würde ihn gerne mal wieder in der mitte spielen er bekommt jetzt weniger ap dazu pöller wird das ist h sehr h weil er eh wenig hp hat beziehungsweise keine hp kaufen kann und er hat jetzt weniger hp umwandlung das heißt wenn er damage bekommt wurden bisher 30 bis 81 prozent in diesen grauen balken umgewandelt jetzt noch 25 bis 50 ich kann das nachvollziehen weil pike ist unglaublich schwer zu töten also ich sage jetzt nicht dass er das nicht verdient hat oder so ich sage nur ich finde es schade weil ich habe pike geliebt er war ein pirat ich bin ein pirat aber ja unsere piraten wege trennen sich einfach ihr könnt aber gerne findet ihr das too much also oder findet ihr es ist gerecht ich meine die meisten von ich hassen pike deswegen werdet ihr sagen es ist gerecht schakow wurde super krass gewirkt ist super strong jack in the box hält jetzt nur noch 40 sekunden zwei sekunden weniger das bedeutet ihr könnt eine box weniger platzieren im early game euer tank ist also etwas langsamer jack in the box jack in the box ich wollte erst irgendwie jacks und schakow sagen checks in the box ja ist ein bisschen und so entstand checks ja so ist ein bisschen super krass gewesen deswegen ist es auf jeden fall in ordnung muss man mal gucken viktor wurde auch geändert hat allerdings nicht ganz so eingeschlagen wie es sollte da ist man etwas enttäuscht gewesen hat jetzt mehr hp hat etwas mehr tag der man schon ein bisschen mehr rüstung das ist aber eher so ein zahlen tuning würde ich sagen wobei hier der tag der mensch zu schlecht ist weil manchmal baut man so items wie schiene auf ihn vielleicht sogar mal ein trinit in ferner zukunft wer weiß es ansonsten siphon power kriegt auch 10 mehr damage ist auf jeden fall cool warwick meine freunde warwick wurde hier gesagt dass wenn du q vor w max du nach hinten fällt das ein bild also der w max into q max besser ist als umgekehrt und das soll nicht so sein deswegen hat man jetzt die spells ein bisschen verändert ich habe immer q gemax ich dachte das wäre cool wobei ich einmal im jahr warwick spiel zu weihnachten quasi und ja das bedeutet es wurde so gemacht beide spells wurden zwar gebufft allerdings wurde die wen nur auf stufe 1 gewafft ja im late game ist sie gleich während die q komplett ins late game immer stärker wird das heißt die w ist jetzt mit einem punkt gut und es ist worth sogar vielleicht die q als erstes zu maxen das war es tatsächlich auch schon es wird neue skill skins geben und zwar einmal diese ganzen hexen skins mit blitzcrank mit misfortune dann noch prestige misfortune count kassadin der sieht sogar actually cool aus muss ich sagen und anniversary mit einem riesen thema ja ihr könnt mal gerne sagen was sie von den skins halte ich muss sagen ich mag hallo ich habe noch nie halloween skins gemacht außer damals mit twisted feld wukong kennt ihr die noch twist feld wukong die sagen ganz cool aus aber sonst wobei der hier ist echt cool leute den könnte man sich können den könnte man sich können der ist wirklich cool der ist wirklich cool und hat muskeln wie sau ansonsten teamfight tactics leute ich bin ja nur so ein halb erforschter teamfight tactics man muss ich tatsächlich sagen ich habe nicht so viel ahnung aber alle jahre wieder spiele ich mal was ich euch sagen kann ist folgendes ranked ist nur noch auf den nächsten patch available danach könnt ihr quasi nicht mehr ja wenn ihr diamond oder master oder was weiß ich noch erreichen wollt müsst ihr das mit dem nächsten patch quasi machen player damage wurde etwas verändert das heißt dass ihr im early game mehr bekommt und im late game weniger zwar ist die zahl hier höher aber generell ist kriegt ihr weniger von den monster und damage ja das heißt hier kriegt ihr zum beispiel nur 4 statt 5 und das ist deswegen gemacht damit die leute im early game nicht komplett einfach geld farmen und überleben und im late game sollte man nicht sofort dafür bestraft werden wenn man einmal die einheit ein bisschen falsch hingestellt hat oder am rumprobieren ist das ist quasi die idee dabei guardian wird etwas genervt hextech wird außerdem reduziert das hat noch fünf sekunden sieben sekunden ist auch echt verdammt lang aber ich habe nicht das gefühl dass extrem viele hextech spielen aber ich bin nur ein diamond platin plat ne diamond ist übertrieben platin club deswegen ist das alles so platin mäßig night ist sehr sehr stark wird sehr viel gespielt der zweier night bonus wird reduziert ranger bonus weiß ich gar nicht ich finde holy shit von 25 prozent bonus 6 wieder auf 40 ich finde zweier ranger sowieso unglaublich krass kaiser finde ich super krass persönlich und wenn du jetzt und auch er schnell also holy shit ich persönlich finde das super stark irgendwie also ich weiß das hier ist für mich also weiß ich nicht ich hasse es es glacial dein komplettes team ist immer eingefroren naja gut sejani wurde immer ein bisschen genürzt vielleicht ist das ja ein bisschen besser aber ich weiß es nicht es war so wie außerdem ebenfalls gebufft nicht so john die sandra hat jetzt ein bisschen mehr mana bzw sie braucht mehr mana war es macht mehr schaden brand fliegt jetzt über drei felder das ganz cool und fliegt sehr schnell sugar damage wurde erhöht außerdem draven attack damage wurde reduziert und pantheon rüstung reduziert außerdem locket of the iron solari hält eine sekunde länger redemption health fängt jetzt schon bei 30 prozent an ist definitiv ein cooler buff repeating crossbow bot ja keiner außer ich der hat jetzt 30 prozent das actually ziemlich könnte stark werden ist natürlich aber sehr random ist ich finde die seite sehr gut wenn du nicht so viele items hast das heißt ich hatte in einer runde auf drei units jeweils zwei items und da konnte crossbow auf jede unit mal drauf fliegen war eine coole idee solton gibt wieder 18 prozent ich glaube damals 25 geben kann das sein trapclaw vier sekunden statt fünf sekunden und hier gibt es noch so ein bisschen und zwar das draven hatte irgendwie angeblich mehr tag speed als er eigentlich hatte das heißt weniger tag speed und weniger d das heißt ich werde zu iron demotet werden das wird die änderung ich habe auf meinem zweitkanal bin erst noch mal auch ein bisschen was zu spielen das heißt er ist unten in der beschreibung wenn ihr bock habt auf irgendwas anderes außer liegt könnt ihr da gerne mal reinschauen ich weiß noch nicht genau was ich spielen wollte auf dem plan stehen planet coaster city skylines frostpunk vielleicht skyrim ganz vielleicht weiß ich noch nicht weiß ich noch nicht wenn ihr coole ideen habt könnt ihr die natürlich gerne droppen und ich wünsche euch was auf wiedersehen ich habe euch lieb und ich freue mich dass ich hier gewesen bin und ich freue mich dass ihr da gewesen seid auf wiedersehen miau miau